Null Komma Nichts in diesem Laden in Phlegma. Mr. Mann sucht nach einem Buch. Ich hab auch mal ein Buch gelesen, es hieß Die Gelben Seiten. Hallo, ich wusste gar nicht, dass Sie Bücher mögen. Hallo, ja, ich habe Bücher sehr gerne. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nicht wirklich. Ich wollte nur fragen, ob Sie Bücher haben über mittelalterliche englische Musik in der Zeit zwischen 1356 und 1390. Ähm, hier kann ich gerade nichts sehen. Ähm, Margret kennt alle Bücher. Einen Moment, bitte. Margret! Margret! Ja? Hier ist ein Herr, der möchte wissen, ob wir Bücher über mittelalterliche englische Musik in der Zeit zwischen 1356 und 1390 haben. Taschenbuch oder gebunden? Taschenbuch oder gebunden. Ach, Sie kennen mich. Ich bin nicht wählerisch. Er sagt, er sei nicht wählerisch. Es müsste eins drüben bei der Kevin-Kieken-Biografie stehen. Oh ja, tatsächlich. Die Geschichte mittelalterlicher Musik. 1356 bis 1390. Entschuldigung, ich habe zu spät gegriffen. Entschuldigung, aber diesmal habe ich zu früh gegriffen. Würden Sie es bitte halten? Gut, äh, also, was halten Sie davon? Wie viele Seiten hat es denn? Ähm, 312. Oh, dummerweise hatte ich auf etwas um die 306 Seiten gehofft. Gut, äh. Glauben Sie vielleicht, der Autor wäre daran interessiert, das Werk umzuschreiben, es zu kürzen? Zum Beispiel, wenn er alle Os herausnimmt, könnten es sechs Seiten weniger sein. Ich glaube nicht, dass er das tut, nein. Vielleicht sind meine Wünsche einfach zu speziell. Sie sind ein bisschen speziell. Okay, haben Sie dann Bücher? Äh, äh, ob ich, äh, ob wir, ob wir Bücher haben? Ja. Sicher, wir haben hunderte von Büchern. Gut, ich nehme sie bitte. Sehr schön, ja, gut, äh, ähm, äh, äh, wir müssen aber gerne lesen. Oh nein, unglücklicherweise bin ich blind. Oh nein, unglücklicherweise bin ich blind.